So, die Jugendtitel ist dann Plattdeutsch, für Juh hier in Klusow Braumer, Plattdeutsch, ist das dann blöd, bis von daher, kann man dazu sagen, in Dörb? Ja, das war damals schon so, da war es ein kleiner Unterschied, die haben damals erst in Brachka Fuß verspürt, da gab es wirklich Wecker, die dann nicht Plattdeutsch bekommen, da müssen wir uns dann so Plattdeutsch unterhalten, aber in Klusow Braumer, da würde man schon komisch anketten, wenn du einer anfängst, Plattdeutsch zu brauchen, da hätte es sogar Wecker geben, die haben dann Plattdeutsch lernen, wenn wir es mal so hober und mittragen wollen, hier was selbstverständliche Umgangssprache insgesamt kann.